Und damit willkommen zurück. Es gibt mal wieder ordentlich was zu diskutieren bei Cosmos und genau da gebe ich euch jetzt einfach die Insights, wo stehen wir, welche Seiten können wie betrachtet werden und um was geht es genau. Denn hier gibt es mal wieder an sich eine super coole Sache und zwar eine Governance Proposal. Hier wird diesmal darüber abgestimmt, dass wir die Inflation von Cosmos Hub, also dem Coinatom, halbieren. Was das alles bedeutet und welche Blickwinkel wir da alles betrachten müssen, erkläre ich dir in diesem Video. Zunächst mal, ich bitte dich darum, selber dir mal Gedanken darüber zu machen, wie du diese Proposal siehst, weil es eben noch ein großer Schritt in der Zukunft von dem Coinatom an sich ist. Dementsprechend ist es auch nur in deinem Interesse, wenn es so gevotet wird, wie du denkst, dass es richtig ist. Zunächst mal gehen wir hier auf Minscan, können uns da sehr schön, wenn wir oben rüber gehen auf Proposals, dort die aktuellen Proposals anschauen. Und die Proposal, um die es eben geht, ist diese 848 Proposal. Und zunächst mal muss ich sagen, klar, hier gibt es gerade wieder Drama, aber ich bin sehr froh, dass wir in Cosmos überhaupt ein funktionierendes Governance System haben und nicht einfach irgendeine Foundation über alles bestimmt, wo man, sage ich mal, als Validator bzw. auch als Staker am Linienrand sitzt und nicht wirklich mitspielen kann. Dementsprechend finde ich das schon erstmal cool, dass eben aktuell es möglich ist, überhaupt da zu voten. Zunächst mal, was genau soll diese Proposal sagen? Aktuell haben wir eine Inflationsrate von 14%. Die maximale Inflationsrate von Atom ist 20%. Diese Inflationsrate passt sich an, je nachdem, ob mehr als 67% der Atom gestaked sind. Sobald die mehr als 67% gestaked sind von allen Atomen, die es im Umlauf gibt, dann geht die Inflationsrate runter. Sollte die Stakerate unter den 67% liegen, geht sie langsam hoch bis 20%. Das soll einfach dafür sorgen, dass erstens die Validatoren genug Coins ausgeschüttet bekommen, um eben ihre Infrastruktur zu passen. Zweitens, dass man angereizt, seine Coins zu staken und damit die Chain an sich sicherer zu machen. Und drittens, ganz einfach, dass man eben die Leute, die nur Atom halten für irgendwelche Preisentwicklungen, dass die eben ein bisschen im Nachteil sind und dass sie doch eben angereizt werden zu staken. So Punkt 2 und 3 spielt sich ein bisschen mit ein. Einfach die Benachteiligung von nur Haltern und die Bevorteiligung von Stakern. Und aktuell haben wir eben das Problem, nicht nur, dass die Inflationsrate bei 14% liegt und das doch relativ hoch ist, wodurch immer eine Sellpressure im Markt ist bei Atom, sondern auch das Problem, dass Atom gar keinen Cap hat. Das heißt, egal was mit dieser Zahl hier passiert, es gibt niemals ein Maximalkap. Das heißt zum Beispiel bei Bitcoin haben wir eine Inflationsrate, diese Inflationsrate läuft aber langer Sicht gesehen auf Null. Und hier ist es eben nicht so, hier haben wir einfach eine Inflationsrate, die orientiert sich an diesem Stakehold von 67%. Und wenn eben sonst nichts anderes passiert, haben wir eine maximale Supply von unendlich. Das ist vielleicht so die Kritikpunkt von der maximalen Anzahl von Atomen, die es überhaupt geben kann und eben diese Inflation. Und man versucht jetzt einfach, die Idee hinterher der Proposal war jetzt, hey, lass uns doch diese Inflation statt von 20% auf 10% senken. Dementsprechend passt sich dann auch wieder die Inflationsrate daran an, welche Stake wir haben. Also wenn es dann zum Beispiel 67% hat und wir zum Beispiel dann die halbiert haben sollten, dann sind es zum Beispiel langsam von 10% auf 7%, beziehungsweise von 10% auf 3,5%, weil die Inflationsrate liegt mindestens bei 7%, maximal bei 20% aktuell. Und dementsprechend würde wahrscheinlich dann die Inflationsrate von 20% auf 10% gesenkt werden und von 7% auf 3,5%. Das heißt, wir hätten dann eine maximale Inflationsrate von 10% bis 3,5%. Was dann, sage ich mal, schon die Sales Pressure ein bisschen aus dem Markt nimmt, was vielleicht auch für den nächsten Bullmark ein guter Indikator dafür sein kann, um einfach Atom ein bisschen mehr Value zu geben. Natürlich gibt es auf dieser Proposal wieder verschiedene Seiten und die wollen wir uns jetzt anschauen, nachdem wir uns erstmal angeschaut haben, was hier überhaupt die Sache ist. Zunächst mal haben wir hier ein schönes Quorum, welche Valiatoren für was gewartet haben. Wirklich Respekt am Inscan, das sieht super geil aus. Hier kann man sehr schön nachverfolgen, wie jeder gewartet hat. Zunächst mal eine sehr interessante Sache. Ich habe meine Coins gestaked. Gucken wir uns mal an. Ich habe meinen Kepler gar nicht angeschlossen, aber ich habe ein paar Valiatoren gehabt und ein Valiator davon hat tatsächlich für Nein gestimmt, was nicht mir zu Rechten kommt. Also ich finde eigentlich, wir sollten wahrscheinlich für diese Proposal mit Ja stimmen. Warum? Später nochmal mehr dazu. Dementsprechend habe ich mir angeschaut, stimmen meine Valiatoren so ab, wie ich das möchte. Dementsprechend habe ich dann das gecheckt. Meine Valiatoren, die ich aktuell habe, haben bis jetzt immer für Ja gestimmt oder sich bis jetzt enthalten. Was beides finde ich solide ist. Ich kann ja praktisch, wenn ich dann bei jemandem gestaked habe, selber vote, diese Vote von meinem Valiator sowieso überschreiben. Das heißt, solange er, sage ich mal, sich abstained hält, also für unentschlossen hält oder für Ja stimmt, ist das für mich in Ordnung. Nein hatten wir gewartet bei SG1. Und da schauen wir uns jetzt mal genau an, was hier passiert ist. Zunächst mal hat SG1 ganz klar gesagt, wir voten da nein. Erstens, wir brauchen im Endeffekt, also hier zusammengefasst heißt das im Endeffekt, Infrastruktur, um einen Valiator zu laufen, ist teuer. Vor allem jetzt, wo die Anforderungen höher geworden sind mit ICS. Das heißt, mit den anderen Chains, die mitvalidiert werden, wie zum Beispiel Neutron und so weiter. Also alle die Chains oder Noble, die einfach kein eigenes Valiatoren sind, haben, werden mitvalidiert von Atom. Und das kostet natürlich unfassbar mehr Geld, wie wenn es dieses noch nicht gegeben hat. Das heißt, die Kosten für Valiatoren sind hochgegangen und dass der Preis von Atom sich sachlich, also, oder dass der Preis sich von Atom krass verändert hat. Das heißt, die Valiatoren müssen aktuell mehr Geld bezahlen und bekommen aktuell halt, weil der Kurs nicht so stabil ist, weniger Geld. Das heißt, die Anforderungen wurden höher, Infrastruktur wurde teurer und jetzt noch die Rate runtersetzen von 20%. Natürlich halbiert es im Endeffekt die Revenue für den Valiator und da kann ich natürlich vollkommen verstehen, warum er sagt nein. Allerdings gab es natürlich von der Community einen krassen Shitstorm zu SG-1 und dementsprechend haben die gesagt, ey Leute, mir ist das zu blöd. Wir sind eigentlich dafür, dass wir nein stimmen, weil die Infrastruktur einfach sehr teuer ist und unser Modell muss laufen, damit wir verantworten können, dass Atom sicher läuft und vor allem, dass es da keine Probleme gibt. Aber wenn ihr so auf jeden Fall ja wollt, dann sagen wir abstained, ihr könnt gerne überworten. Das war die Meinung von SG-1. Ich finde, beide Seiten kannst du an der Stelle auch wieder verstehen. Klar ist es teuer, einen Valiator laufen zu lassen. Allerdings ist die Zukunft von Atom an der Stelle auch wichtiger und wenn Atom länger lebt, ist es ja, sag ich mal, für beide Partien auch wieder gut. Das ist auch dieselbe Meinung wie von Notion. Notion hat ganz klar gesagt, ey, ich kann die Seite von unserem Business Lead verstehen, äh, von unserem Governance Lead verstehen, Litbit. Ein Kollege, den ich auch auf der Cosmoverse getroffen habe, dass wir hier nein stimmen müssten für unser Business Modell und dass es keinen Sinn machen würde, hier ja zu stimmen aus der Perspektive von einem Business Modell Validator. Natürlich haben die dann gesagt, ey, wir stimmen auch für abstained, weil wir können jetzt nicht verantworten, ja zu stimmen, auch wenn es wahrscheinlich laut Notion, laut Jacob, sag ich mal, die richtige Variante für den Hub ist, aber eben für das eigene Business die schlechte Variante. Das heißt, die Valiatoren sind faktisch da in einem Zwiespalt und im Endeffekt, wenn du dir nicht die, sag ich mal, den Bezug zur Community versauen willst, musst du hier einfach mit Ja stimmen oder abstained machen. Und hier, Dokia Capital anscheinend geben gar keinen Fick, die sagen einfach, ey, wir voten hier nein, aus Gründen von Sicherheit und, ähm, weil eben wir ein stabiles Environment, also eine stabile Infrastruktur wollen für die Variatoren und für die Delegators. Also ich finde hier, wie gesagt, wir können alle Seiten verstehen, allerdings bin ich davon überzeugt, dass wir für den Long Run, also für das Bestehen von Atomen, vielleicht für neues All-Time-High und auch für die nächsten Jahrzehnte, in Ausblick auf die nächsten Jahrzehnte, sollten wir Inflation anpassen. Ob das der Schritt ist, um Atom more value accrual zu geben, ich muss es auch einfach auf Englisch sagen, weil sie es besser anhört, Wertschaffung für Atomen hört sich ein bisschen blöder an. Das heißt, wir brauchen auf lange Sicht Wertschaffung für den Coin-Atom an sich und ich denke, die Inflationsparameter anpassen ist da vielleicht der erste Schritt. Vielleicht brauchen wir dann noch ein, ähm, ja, ein Modell, wo Fies geburnt werden, Sachen zurückgekauft werden und dann Atom geburnt wird, je nachdem, dass wir die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, Inflationsanpassung ist der erste und richtige Schritt in eine lange Zukunft von Atom. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr die Ansichten verstehen könnt von den Variatoren, was ihr stimmt, ob ihr selber gestimmt habt, um einfach egal zu sein, was eure Variatoren gestimmt haben. Oder sagt ihr, hey, pass auf, die Variatoren haben alle super gestimmt, ich brauche gar nicht mehr abzustimmen, alles ist so, wie ich das möchte. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und auch nur, wenn fünf Leute von euch da nach meinem Video voten gehen, ist das schon eine super Sache. Hier sollten wirklich alle aktiv sein und das stimmen, was sie wollen. In dem Sinne, soll es das erste Mal gewesen sein, lasst unbedingt ein Like und auch ein Abo da, wenn du nichts mehr verpassen willst, was Kosmos angeht oder auch alles drum und dran in Krypto. Ich mache, wie gesagt, sehr transparenten Content und ihr könnt mich hier gerne weiterverfolgen. Dementsprechend, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut meine Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao.